Einen wunderschönen guten Abend ich bin AC Player und das ist die fünfte Folge von Resident Evil 2. Wir müssen hier jetzt erstmal ein Rätsel lösen. Da machen wir Feuer und jetzt müssen wir hier glaube ich alle Dinger anmachen ohne dass da eins ausgeht. Ich habe keine Ahnung wie. Nein. Probieren wir mal die andere Kombination. Es sind ja nur drei also so viele Kombinationen kann es hier ja gar nicht geben. So das nehmen wir mit. Und ich glaube damit kommen wir aufs Dach. Aber ich bin mir nicht sicher. So die Tür haben wir alle offen. Da 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 da. Da. Probieren wir mal. Ich glaube wir kommen mal aufs Dach. Ich glaube. Aber ich brauche erstmal eine Kiste wo ich das alles ablegen kann. Und die Kiste haben wir hier ja gleich. Gott ist es eine Rennerei hier. So jetzt. Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Erstmal brauchen wir das hier nicht. Magnum brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Den Film brauchen wir auch nicht. Die Karte lassen wir. Und ich glaube das hier. Und ich glaube das hier werden wir brauchen. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Naja wir werden es ja gleich sehen. Vielleicht können wir auf dem Dach ja gar nichts machen. So und ich glaube hier läuft auch ein Lick herum. Hoffentlich nicht. Oh Gott ja. Wow. Nein 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 nein. Mann. Was war das? Ja geil. Oh nein. Ich glaube ich konnte das Kabel was ich habe da benutzen. An dieser Kiste links. Na ja je jei. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Warte mal. Hier oder? Hier? Ja. So und jetzt schauen wir mal ob wir hier etwas machen können. Jawohl. Also wir kommen noch hier. Okay das brauchen wir nicht. Dann ist es weg. Aber irgendwo haben wir doch dieses Zahnrädchen auch gebraucht. Oh Gott. Oh Gott. Ah kann sein sogar. Ah natürlich. Wunderbar. Ja wir pushen den Switch. Wo lande ich da? Wird es mir auf der Mappe angezeigt? Auf der Karte? Bin ich da? Keine Ahnung. Und ich habe gedacht wir können da runterspringen. Doch wir können da runterspringen. Komm. Schauen wir mal wo wir landen. Oh oh. Oh oh. Wir schauen natürlich ganz schnell nach ihm. Der. Dieser Mutant wird ja weg sein. Also keine Sorge. Ben. Can you still hear me? Come on answer. Damn. I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of policing. Co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there Ben. Oh. My chest. It's burning. It's burning. E. 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 Irons Wie es aussieht hat der Irons mit dem Birkin zusammengearbeitet Und dieser Birkin ist schon, das ist ja der Böse Und hier ist natürlich nichts So, dann sollen wir zu dieser Kanalisation wieder Aber, warte mal Wir haben glaube ich noch einen Raum Ja, da hinten ist noch ein Raum, wo wir nicht drin waren Da will ich noch hin Und da sind diese verdammten Licker Aber ich habe ja noch was zum Falls die Gesundheit zu niedrig wäre Ich habe ja noch einen Spray So, hier Hier, komm, komm Jetzt Ich habe doch die Karte Oh Hab gedacht So, da haben wir Munition Das nehmen wir Vielleicht finden wir hier noch was Machine Gun Also wir haben zwei Möglichkeiten Entweder diese Maschinenpistole oder unser Inventar kann größer werden Machen wir mal das hier Lassen wir unser Inventar mal ein bisschen größer werden Und das lassen wir für Claire Okay Will ich das nehmen? Na, für Claire lassen Ja und sonst gibt es hier nichts mehr Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein, das ist kein Witz Also jetzt können wir mal zurück Jetzt haben wir alle vier Schachfiguren Oh oh Jetzt haben wir alle vier Schachfiguren Jetzt heißt es, wir kommen da durch die Tür Durch die eine Wir müssen jetzt nur diesen ganzen Weg wieder zurücklaufen Das blöde hier ist Es gibt ja wie in den heutigen Spielen Keine so Autosaves Das heißt, wenn ich jetzt hier sterbe Dann Dann spiele ich wieder ab dem Moment Wo ich das letzte Mal gespeichert habe Hau ab Und je nachdem wie oft ihr speichert Könnt ihr schon mal Wieder was nachholen Falls ihr sterben solltet So warte mal Das nehmen wir mal Und wir speichern auch gleich Vorsichtshalber So jetzt erstmal Brauche ich Das hier Dann diese Schachfiguren brauche ich Zwei Drei Vier haben wir Das werde ich gleich benutzen Ich könnte natürlich jetzt die Waffen auch nehmen Aber ich will ohne diese Waffen spielen So jetzt warte mal Jetzt Erstmal Energie Und jetzt mal speichern So Gespeichert Jetzt schauen wir mal Hier Das Geben wir ab Nehmen wir mal Shotgun Nehmen wir mal das Und nehmen wir mal die Magnum Eine erste Hilfe Spray habe ich Jetzt werden wir mal Diese Magnum Warte 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 Erstmal hier kombinieren So Nehmen wir mal die Magnum Sehr starke Waffe Leider So wie ich mich erinnere Sind hier Ist hier die Munition Für Magnum Für Magnum Sehr sehr selten zu finden Deswegen habe ich jetzt die Waffe auch genommen Und ich habe gespeichert Wie ist hier Du Vieh. Ich glaube, den guten haben wir jetzt erstmal erledigt. Aber die Viecher. Ja, jetzt geht doch mal weg. So, das war jetzt sozusagen ein Bosskampf. Der erste von drei insgesamt. So, da haben wir dann alles. Dann können wir jetzt hier durch die Tür, so wie es aussieht. Schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Ah ja, natürlich, wir sind ja immer noch in dieser Kanalisation. Zeigen wir mal die Karte. Da ist eine Tür, okay. Was ist jetzt wieder los? Was war das alles? Was war das? Das war so schrecklich und schluck. also komm meide jeder macht alles will alles alleine machen ok hier haben wir nur eine tür aber irgendwie ich glaube hier gibt es auch irgendwo zombies unterm wasser da sind kräuter die brauchen wir jetzt nicht so und jetzt ist es hier nur der einzige ausgang darunter zu fahren so da bekommen wir wieder patronen mal checken wir alles ab was wir hier alles finden zu manager fax übrigens ich habe die präsentation gesehen von resident evil 2 remake und ganz ehrlich ich kann es kaum erwarten ich werde es auf jeden fall wird es hier kommen auf jeden fall das kriege ich nicht auf jetzt haben wir da eine tür aber kommen wir auch irgendwo hin so die magnum legen wir mal auf die seite shotgun nehme ich jetzt mal mit ich habe das gefühl die gegner werden jetzt stärker da kann man runter gehen da kann man runter gehen schafften wir das schafften wir das ja shotgun das ist nicht schlecht es ist auch eine lampe da liegt auch was hallo nimm das die können wir gleich mal in die kiste packen brauchen wir jetzt erstmal nicht so und so wie es aussieht führt der einzige weg hier schon wieder runter man wir gehen die ganze zeit runter das ja nein leon das hat Also er ist unmächtig und schon wieder spielen wir als Ada und wir sollen der Frau folgen. Ich zeige mal die Mappe, die Karte, boah, wow, naja dann schauen wir mal ob wir was rausfinden können, wir wollen zu der Frau, da liegt etwas oder jemand, was ist hier, auch Leichen, so wir folgen und folgen, wir gehen ganz schnell runter, so wird es glaube ich am besten. Keine Bewegung. Du bist der Mann mit dem Mann, wenn ich nicht verstanden bin. Identifiziere dich. Ada? Ada Wong? Ada Wong? Ich habe den Namen schon gehört. Jetzt erinnere ich mich. Ein von den Menschen aus Chicago, der in der T-Virus kam, der in der T-Virus benutzt. Ada und John, glaube ich. Wie wissen Sie? Wer bist du? Annette Birken. Mein Mann ist der Mann für die T-Virus-Virus-Virus-Virus. William Birken. Was? John ist tot. Er wurde ein von diesen Zombieren. Meine Schuldigungen. Und obwohl ich das nicht vergleiche, du kannst ihn bald wiederholen. Ich bin bald. Ich werde niemanden nehmen den G-Virus weg von mir. G-Virus? Es ist die Möglichkeit, zu kreieren die ultimative Bio-Waffeine. Sein Potenzial ist noch größer als das der T-Virus. Dann muss das sein, dass die Kreatur in der Polizei ist... genau... mein Mann, William. Und es ist alles die Umbrella. Das war nicht. Das hätte passieren können, wenn sie nicht versucht, seine Forschung zu entfernen. und ich bin. Da ist er. Also, du kommst endlich. Doktor, wir sind hier für den T-Virus-Virus-Virus. Entschuldigung. Aber ich werde nur noch mal meine Leben auswärten. Doktor, du kannst du den T-Virus-Virus-Virus-Virus-Virus-Virus. Das ist alles, okay. Okay, wir gehen! William... Oh, mein... Hold on, mein Lieber! Ich muss den T-Virus-Virus-Virus erst aufwärten. Bleib hier. Alpha Team, habt ihr den Sampleget? Affirmative. Wir sind in der Runde in einem Minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus hat die Möglichkeit, die Fünfte der Verteilung der Cellulose. W-W-What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm... I'm stopping it! What is this thing? Hurry! W-What is this thing? Fire! Fire! You son of a... So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon including William has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. And create offspring. No. Too bad. This woman, also in short, this woman, was Annette Birkin. Und das war die Ehefrau von dem William Birkin, der ein Erfinder von Virus T, von T-Virus, der in der Villa im ersten Teil war. Was? Ich brauche das nicht. Also wir kommen hier nochmal alles Leon. Und er hat diesen T-Virus verbessert. Deswegen heißt es dann G-Virus. Und später eben wurde er angegriffen und er wäre gestorben, wenn er sich diesen Virus nicht infiziert hätte. Wenn er sich nicht infiziert hätte und dann hat er halt die anderen umgebracht. Diese Proben sind zerbrochen worden auf dem Boden und die Raten haben das dann in die Stadt übertragen. Und da begann dann dieser Albtraum. Oder so begann dieser Albtraum. Ah, jetzt komme ich da gar nicht hoch. Okay. In welche Richtung? Rechts ist nichts. Also ich muss nach links. Also nach äh, Leons links. Auch hier sind wieder diese Spinnen. So wie der Leon guckt. Also einmal links und einmal rechts gibt es was. Schauen wir mal, wo wir jetzt hin können. Also gut, da kommen wir nicht weiter. Also müssen wir hier. Ich hab doch nichts. Wie soll ich das machen? Karte, wo war ich denn nicht? Da, da. Und da. Ich glaube, ich hab irgendwas übersehen. Und ich glaube, ich weiß sogar, wo. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Schauen wir mal. Ich glaube, da hinten war auch irgendwas. Und ich hab gesagt, da ist ja kein Durchgang. Da war ja auch kein Durchgang. Dann mussten man es ist zu dark to see anything. Hä? Findet Leon irgendwas bei denen? Wolfmedaille? Shotgun? Aber ich brauche was anderes. Ja, das dreht sich zu schnell. Warte mal. Gehen wir nochmal schnell zurück. Die Zeit ist eh langsam um. Wir spielen schon über eine halbe Stunde. Ich werde jetzt die Folge beenden. Aber... Wo muss ich denn hin? Irgendwas fällt mir. Und ich weiß nicht was. So Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Und gute Nacht.